Und Rescha mit der Nummer 7, der jetzt am Ball ist. Rescha, 32 Jahre alt. Und die erste Chance. Und das Tor. Tor durch Sanchez. Sanchez ist der Torschütze. Nach genau 5 Minuten beim ersten Angriff der Spanier kommt der Ball zu dem völlig ungedeckten Sanchez. Das erhält die Nerven, die Sie sehen. Sanchez-Tor und Führung von Barcelona. Sicher ein bitterböser Schock für die Mannschaft aus Düsseldorf, die so ruhig, sicher begonnen hat. Hier sehen Sie das Tor noch einmal. Und die jetzt... ... ... ... ...